Den Vektor Paro, den benötigen wir für unsere vielen PA-Patienten, die auch unsere Praxis hat. Wir wissen einfach, dass sich selbst bei einer guten, erfolgreichen PA-Therapie die Mikroorganismen sehr schnell wieder subgingival bilden und eine Rekolonisation stattfindet. Und das erfahren unsere Patienten schon ganz am Anfang, mit dem Ziel, dass wir diese Zahnfleischtaschen regelmäßig engmaschig dekontaminieren, reinigen, die Wurzeloberfläche polieren. Das passiert ein paar Mal im Jahr, engmaschig, aber eben sehr schonend. Diese Behandlung muss einfach angenehm sein, damit der Patient wirklich auch regelmäßig kommt. Das ist ganz wichtig. Und das Ziel, das oberste Ziel der Keimelimination, das darf man dabei nicht aus den Augen lassen. Hier haben wir ein mobiles Gerät, ein transportables Gerät, weil es uns einfach im Einsatzgebiet vieles offen lässt. In welchem Zimmer, welcher Behandler. Wir haben uns entschieden für ein Gerät, mit dem wir die EHT oder PZR, bei uns heißt es EHT, bei dem wir die Erhaltungstherapien wahrnehmen können, die supragingivale Reinigung, aber auch beim PA-Patient die UPT-Sitzung. Also ich kann mit einem Gerät wieder unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Der Vektor hat zwei verschiedene Handstücke. Einmal einen ganz normalen Handstück, piezoelektrisch, funktionierend, linear in der Bewegungsausrichtung, also vor, zurück, 12 Uhr, 6 Uhr, sodass eben meine Zahn- und Oberfläche immer an den seitlichen Bereichen ist. Einfach von der Anwendung, effektiv vom Ergebnis. Und als Auswahl habe ich einfach ein paar verschiedene Spitzen, Arbeitsspitzen, gerade sehr schmale, grazile für Approximalbereiche. Aber ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, eben eine Arbeitsspitze, wenn ich doch subgingival arbeiten möchte. Ansonsten für unsere UPT-Patienten, also unsere PA-Patienten, die im Recall zur Erhaltungstherapie kommen, benutzen wir den Vektor Parum, ein anderes Handstück, was auch piezoelektrisch funktioniert. Durch die Schwingungsumlenkung habe ich eben eine Arbeitsspitze, die nicht mehr vor-zurück geht, sondern nach oben und nach unten. Und damit kann ich sie so ansetzen, so anwenden, wie wenn ich einen PA-Scaler in der Hand hätte. Für mich von der Anwendung oder für meine Kolleginnen sehr einfach. Und ich unterstütze die Behandlung mit dem Polish, Polish Fluid. Das ist eine spezielle Lösung für den Vektor Parum, eine spezielle Lösung mit Hydroxylapatit, die die Schmerzreduktion stärkt, den Zahn oder die Wurzeloberfläche unempfindlicher macht. Mir gefällt am Vektor Parum sehr gut die Ergonomie des Handstückes. Es liegt mir sehr gut in der Hand. Das heißt, ich habe eine sichere Instrumentenführung. Sie hat eine schöne, schmale Arbeitsspitze und das erleichtert es mir einfach, in Bereiche zu kommen. Ich denke jetzt da an Vorkationen, an übersichtlichen Stellen und da ist es für mich einfach ein Vorteil.